So, hier haben wir wieder den roten Zwerg, der nur Mist baut. Und da ist Bibi. Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Sie sitzt am Pool hier und alles ist in Ordnung. Und der Zucker, der kann sie nicht leiden. Und hier ist eine Iris, die wir aufholen. Und hier ist ein Vieh, der hat eine Kuschel, die mich ganz lieb hat. Ich ihn auch. Und sie ist eifersüchtig und kommt. Du bist so süß. Mit diesem unschuldigen Blick, ich kann immer erst mal trinken. Da hat jemand aber Durst. Da muss man putzen. Was machst denn du? Mitten in den Weg rein. Die Mieze sieht jetzt riesig aus. Neben den Katzen. Ja, neben den neuen Katzen. Ihr kommt alle irgendwo. Mitten mal hier rein. Und die Mieze, die kleinen Leute. Und sie kommen immer. Und das bedeutet nichts Gutes, wenn sie angekommen kommen. Hier tut sie mich beißen. Und du machst nur Unsinn. Du, 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 du. Nur Quatsch. Und der Bambus. So, jetzt wird gekehrt. Ich kehre. Guck, dass du nicht mein Popo fielst. Ich kehre. Ich geh immer hier rum und noch. Mach mal kurz hin. Das ist ein Mama-Baby. Ein Mama-Baby. Ja, 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 ja. Du Baby. Rusty ist ein Riese. Nein. Nein, Sim, Sim. Das hat Haare. Und wie streckt die Hand irgendwo ab? Da sieht sie ein Bart. Haben sie einen Stuppelbart? Oh, das ist ein Müde da. Die hat mich heute Morgen gekratzt. Man hat dann alle ihre kleinen Fingerchen an meiner Hand gesehen. Hier ist hängig geblieben. Die guckt, was machen sie? Die gute, es muss gute Arbeit sein. Kommen Sie her, kommen Sie her. Kommen Sie zu warm. Hoi. Mit pinken. Mit pinken Mause. Ja. Komm. Die liegt sich immer so süß hier rein. Ja, lass es mal. Jetzt hält sie hier fest. Das ist auch umgestoßen. Das habe, den habe ich heute schon dreimal hingemacht. Ja, warten Sie, warten Sie, Sie müssen hier hochkommen. Komm hoch. Zum. Komm hoch. Komm hoch. Nein. Die spielen hier und die hängt hier fest. Nein, die reißt es raus. Baby spielt die Unschuldige. Unschuldige vom Lande. Die Unschuld vom Lande. Das lasse ich mal. Aber ich muss nur diesen roten Zwerg hier. Ich kriege es nicht. Geh weg, geh weg. Bis sie zusammen spielt. Ich lasse doch spielen. Ja, aber die hängt hier fest und die reißt noch dieses Ding da runter. Ja. Wo denn? Jetzt könnt ihr weiter rumhampeln. Weiter, weiter, weiter. Es ist so. Wie kleine Mäuse. Und wenn sie da nicht mehr können, dann hocken sie sich noch. Gell? Ja, sieh, kleine Rabauke. Du bist süß. Die verstecken sich immer hinter dem kleinen Holzkäfig. So, Sim Sim und Tisara Burke wollen auch rein. Da ist die Ballerina. Ja, hallo Mausi. Wo sind sie? Kommen sie raus. So, hier drin. Da ist sie. Oh, bist du süß. Und hier ist... Ich seh's nicht. Wo ist sie? Die anderen beiden Rabauken müssen eigentlich hier sein. Upsala. Da... Akku zu niedrig. Ja, aber man hat sie noch gesehen. Da hocken sie. Die Toilette ist noch fast neu. Und du, Baby. Guck mal, diese Atten. Frisch, aufgefüllt, gleich umgestoßen. Und diese Sim Sim Sim. Und die Baby macht das eigentlich nicht. Die spielt da die Unschuldige. Und sie hat es immer noch beleidigt. Aber langsam wird es wieder gelten. Ja. Und du, Baby. Jetzt denkt sie, ich bin... Jetzt denkt sie, ich bin... Du, weil ich jetzt das Handy hab. Ich bin nicht diese. Nee, ich bin die nicht. Und wir spielen wieder. Und du, Baby. Und da ist einer. Ein Alien. Und da eine Maus. Du Mökenmaus. Du Süßi. Und du? Ja, und du? Mein Herz klopft. Bum, 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 bum. Hier, ich bin weit. Ich kehre weiter. Machen sie. Guck mal von der Sim Sim aus. Und dann kehren wir alles raus. Und fertig. Gell? Oh, nee. Schnell noch fressen, bevor es rausgeht. Ja, die dürfen bald wieder zurück. Faust ist sauer, weil er auch raus will, weißt? Wenn der sauer ist, da ist nichts mit Spaß. Da kannst du nichts machen. Der kommt dann nicht. Die Pizza auch weg, den Karton. Bracha, bracha. Schweier, schweier. Saber. Du kleine Mausi, will schreien? Mit den riesigen. Und die Divi ist nicht ganz ruhig. Nicht so ein Stressi wie du, Fino. Ja, ich sitze. Ich bin auch nicht stressig. Gucke, ich sitze. Na gut. Diva. Divi. Wer kommt da? Na Fisi. Na Fisi. Na Fisi. Na Fisi. Na Fisi. Nicht, dass sie deine Abaya kaputt beißt. Das ist meine. Das ist die schönste. Dann habe ich noch eins gekriegt mit dem Einhorn. Ich habe sie heute aus der Wäsche rausgesucht und habe sie alle gewaschen. Mashallah. Aufgehängt noch eins. Aufgehängt. Nein, ich habe sie in die Waschmaschine gesagt. Baba, mach die Waschmaschine an. Kannst du das nicht mehr? Ich wünsche ich. Vergiss immer. Ich bin so faul, um das Video wieder rauszusuchen, wie du mir erklärt hast, wie das geht. Ach so. Baba, das liebe ich. Na gut. Ah, die Marrakesch. Maah. Divi. Goldige Mäuse. Ah. Komm, ich setz mich mal. Sushum! Edi! Sushum! Tali! Baby ist ganz zahm. Die hat es von uns gelernt, mit Tieren reden. Mit wem redet sie, wer ist das? Mit einem Buben, Buben. Da hat sie mit Katzen und dann sagt sie, ich bin sauer auf dich entsprechen. Ich bin sauer auf dich entsprechen, immer mit dir. Weißt du, was die Zuschauer sagen? Unter den schwangeren Katzen hat sich rumgesprochen, dass wir Tiere gut behandeln oder aufnehmen. Deswegen tun sie sich die Babys bei uns lassen. Die Katzen wissen Bescheid. Gut, dass es nur drei sind. Komm, putz weiter. Wir wollen dich in Action sehen. Oh, wer bellt denn das so süß? Oh, die bellt schon. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Jella. Bell doch mal. Komm zu Mama. Komm, du willst auch hoch, gell? Deswegen bellst du, kleine Lady Diva. Oh, meine Lady Diva. Lady würde auch gut zu ihr passen, gell? Tu sie mal. Tu sie mal. Nicht so ziehen. Du, nicht an den Ohren ziehen. Sem, sem. So schöne Ohren. Per Chinesen Ohren. Lady Diva. Lady Diva. Und der Fini. Kommen Sie. Weißt du, was wir machen? Wir machen das so. Dann kannst du nämlich hier, hopp, hopp, hopp. Hoch und runter wie der Wildsch. Guck mal, jetzt tut sie es lausen. Die will nicht, dass sie runterfällt. Sie hält sie so. Bleib hier. Hast sie gefangen? Super. Super. Das ist gut. Die darf nicht springen. Zeig dir mal, wo sie hoch geht und runter. Hier, nicht runter. Das hält schon mal. Da kommst du so, so. So, so. Und dann so. Und jetzt zeig dir, wie man hoch geht. Und wieder dann hier, wenn du hoch gehst. Und dann hier. Und jetzt komm runter. Bibi. Dumm wie Brot. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Mein Aspen. Die sind so süß. Nicht dumm. Nicht dumm. Die sind so süß. Guck mal, die wedelt mit dem Schwanz bei der Schiela. Äh, Sim Sim. Bleib hier. Nein, ich will nicht. Die wo? Die wo? Äh, Fino. Die wo? Komm, die weh, komm. Jala, komm. Komm runter. Nee, da gefällt's da. Und das Jafar. Geh mal weg. Oh. Oh. Oh, Bibi. Der Jafar, wo denn? Der Garfield, der Jafar. Oh, Bibi, der Garfield. Oh, Bibi, der Garfield. Der Garfield lässt nur Mausi ran. Ja, der ist halb blind, halb taub. Die hat's geschafft. Wah. Hast du gesehen, wie? Ja, die ist von dem weißen Roten runtergesprungen. Echt super, Divi. Der Jafar hat uns abgelenkt. Guck, wie er sich empfesselt. Mal, Divi schwätzt mit der Katze. Tierflüsterin. Jala, Mausi, arbeite weiter. Oder geh ich weiter. Tausend Bälle. Komm. Guck mal hier rüber, so. Mach den Müll weg. Das auch. Das. Ganze Schrott. So. Dann können wir das nämlich Kompletto rauskehren vor. Was ist? Sie hat gesagt, gibst du mir deinen Puppe. Ich finde das schön. Ägypter, also die Kinder hier, haben sich niemals... Tu nicht so viel Staub machen, Mausi. Guck mal, das geht alles ins Wasser. Mach langsam. Kino. Was ist da los? Was ist denn das? Komm, lass mal die. Ihr dürft ein bisschen raus. Jala. Jala, Barra. Zehn Hühner, kein Ei. Sind das. Fischer. Und du? Ist alles okay? Ja, alles okay. All a dude. Wie die sich freuen. Guck mal. Hä? Was? Was ist das? Oh, bist du reingetreten? Blutest du? Zeig. Geh schnell und wasch dich aus. Geh schnell. Oh. Und mach Betadine drauf. Du hast dich reingefallen. Oh nein. Mann. Was ist das? Das sind meine Blumen. Hallo. Hey. Das ist abgerissen. Mausi sagt, du bist sauer. Bist du böse? Komm, gib die Hande. Gib die Hande. Unser Chefaffe. Gern. Schiele. Ja, komm Schiele. Komm. Der rosa Elefant. Wir sind. Heute ist. Au. Nicht auf den Kopf. Also weich. Einfach auf den Kopf gesprungen. Können wir doch Genickbruch machen. Ja gut. Was wiegst du? Zehn Kilo. Hm? Hab Baby. Bist du mein Baby? Hab dich auch lieb. Ja. Du bist nur an diesen Blumen interessiert. Diesen Perlen. Die beißt du ab und dann denkst du, die sind nicht zum Essen. Mach mir nix aus. Friss ruhig alle. Gell? Sieht eh besser aus ohne. Gell? Ja. Hm? Seht ihr? Der ist kastriert. Normal würden hier die Bälle rausgucken und die sind so blau wie sein Armband. Er hat sein Bauchband richtig blau bei den Meerkatzen. Aber die sind weg. Gell? Mein Baby. Ja. Mahmoud checkt das Feld, ob noch Wasser ist oder ob er Bersin holen kann. Der Amufau See ist wie vom Erdboden verschluckt. Mahmoud war dort. Und die Frau sagt, er schläft. Und mehr nicht. Ja. Sie hat nicht gesagt, ob das er krank ist oder irgendwas. Ja. Schön essen. Und jetzt holt Mahmoud schon seit... Also ich hab den Frau, sie seit Ramadan nimmer gesehen. Ganze Ramadan verschwunden, die Bus. Jetzt gucken wir mal auf die Esel und der Mahmoud. Da nimmt er den Bersin und da sind die zwei Esel. Mahmoud! Ich hab's rüber geschmissen, hat die Marrakesch getroffen. So. Kickeriki! Also, hier seht ihr die Sahara. Ja. Frisst auch ein bisschen. Und der Gobi schläft schon. Der ist hier drin. Hat so gute Nacht gesagt. Ich bin... Oh, guck mal. Ist ja auch schon... bald kaputt. Ja. Hä, die... Komm. Du gibst aus dem Fell raus. Das juckt dich doch. Das fressen dir die anderen ab. Vielleicht dein Sohn. Der Marokko. Gell? Und du nimmst auch wieder schön zu. Sehr gut. Bikini. Ich weiß nicht, ich hab den Namen von der Ziege vergessen. Also. Milka. Tini. Und die? Schreib mal die Kommentare. Ich bin... Wie heißt denn die? Sag mal. Wie heißt du? Total weg der Name. Kleine Omi. Die ist 5, 6, 7 Jahre alt. Also die machen wir nimmer schwanger. Ich weiß nur noch, wie wir es dann machen, wenn Tini größer wird. Kastrieren tun wir den nicht. Aber... Wie man das dann händeln. Ich hab keine Ahnung. Ja, macht euer Sandbad. Und ihr süßen Mäuse. Ja, hier, ich hab alles zusammengekehrt. Jetzt sieht man, auf einen Haufen kann man Muttern rausbringen mit der Schubkarre. Und jetzt klötze ich mal nach der Mausel. Die hat eh... Wird nur gestreift sein. Aber es hat geblutet. Ja, jetzt kommt ihr und sagt, macht Tetanus. Hallo. Wo ist es nicht? Shani! Hä? Wer schreit da? Ach, die ist drin. Und? Alles gut? Halas? Was ist das? Petadin. Sehr gut, sehr gut. Okay. Yunus? Hat sich so ein... Oh, mach mal Licht an, sieht man nix. Wie heißt die Box? Bluetooth-Box. Was? Musik. Musik-Box. Das schließt er an. Und dann kommt Musik raus aus dem Telefon von YouTube. Der hört die ganze Zeit gerade Millionär, Multimillionär von ApoRed. Und alle Kinder tanzen dazu. Ich war gerade bei Pause, der ist nicht beleidigt. Jetzt bin ich dran. Dann bist du schuld. Tut's noch weh? Ist es seitlich oder... Ich gucke es genau rein. Komplett rein. Aber die Schuhe haben es ja noch aus... Ding. Guck deinen an und weniger. Also jetzt gucken wir deine Verletzung an. Das ist so... Die spitze ein Stück mehr rein. Mhm. Und dann habe ich es gespürt. Ja, und dann bist du hoch. Nicht der ganze Ding. Ah ja, wegen den Schuhen, weißt. Da haben wir... Alhamdulillah. Hättest du ein dünner Chip-Chip an? Ja. Alhamdulillah. Was machst du denn jetzt? Was googelst du? Ich google nichts. Ich will dir das zeigen. Okay. Also, bis die Tage. Masalama. Bye, bye.